Ich bin Henrik, der technische Außendienstmitarbeiter der Firma KS Tools. Jetzt zeige ich euch das Handschellenwerkzeug. Sieht einfach aus, aber ist für die Werkstätte sehr, sehr hilfreich. Ich habe hier einen Schlauch mitgenommen, an dem ich das präsentieren kann. Also ich gehe einfach von der Seite rein und klinge es raus. Im normalen Tagesgeschäft ist es so, dass die Kunden einfach mit dem Schraubenzieher da reingehen und die Gefahr ist, dass die Klammer verbogen wird. Das andere Problem ist es, man kommt nicht immer von dieser Position dran. Man muss das Werkzeug einfach auf gerade oder auf anderer Seite umstellen. Ich tue es jetzt hier ganz leicht fixieren, mache die Klammer wieder rein und jetzt kann ich das Gleiche von der anderen Seite machen. Sieht einfach aus, aber bei den Autos ist es wirklich so, dass man von der Verbaufläche sehr, sehr wenig Platz hat, dass man wirklich nur von der Seite dran kommt. Aus dem Grund ist das Werkzeug auf dem engsten Platz nutzbar.